ich würde sagen neue folge jetzt gerade dass wir jetzt eigentlich wenn ihr bock habt mal die höhle erkunden gehen und dann später irgendwann mal weiter bauen das ist dann hinten bei dem höhle eingang mal treffen und du machst jetzt nicht noch mal mit ja jetzt gut ich muss mal gucken vielleicht morgen abend noch mal in der bock habt ich schreibe dann einfach die gruppe wer sich meldet dann klar kein problem dann machen wir morgen noch ein bisschen weiter guter mama ich spreche ja kurz noch mal und dann machen wir jetzt gleich dann zu dritt halt eine erkundungstour ja alles gut ist ja kein problem dann wünsche ich dir einen schönen abend gute nacht später und vielleicht haben wir uns morgen das ist jetzt kurz was und trinken was dann sofort kann man alles gehen ja schade soll nur zu dritt sind aber ist dann einfach jetzt gerade so mit was kann ich in die keule kombinieren ich habe eine keule und das ja ja okay dann let's go damit wir heute mal noch ein bisschen was gezeigt bekommen wird keller an ja da man sie ist wieder raus kollegisch und wenn sich was wir unter aber kurz weiter weit ist ein abstieg aber da scheint aus dem boden zu sein okay wo seid ihr also ja ausgesehen ich sehe eine lichtschein das könnte eigentlich nur die er da unten sein irgendwann mal er hat das zweite ding bis ganz nach unten geklärt hat dann komme ich jetzt runter da seid ihr auch das dritte denken runter geklettert ja mal komme ich darüber ich muss da einen weg finden so wird mir gerade anders so alleine so der dunklen höhle da hier liegt ein zettel die ganzen dinger kommen wir gar nicht einsam in die zettel was zur hell ist was zur hell sind das für Blätter irgendwas was ich ich wollte gerade sagen irgendwas wo ich mir Sorgen drum machen muss ich weiß ja ganz Feuer und Flamme da hinten halt nicht so zahllos das ist halt alles vom Fuß was hier liegt aber was zur Hölle ist also dass die Passagiere überresten oder was was machen die so weit unten entführt worden Buschiklau der kraft sich an da kommt noch einer schreit nicht so rum kommt noch einer und ich bin irgendwie danke ein bisschen da hinten ist glaube ich ja das sind noch ein paar seiner Freunde ja 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 ist ja ein unfreundlicher Kerl ja 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 auch wieder Ja. Okay. Hier können wir nämlich speichern. Tag 8 sind wir jetzt mittlerweile schon. Ja. Der hat es wahrscheinlich 1 zu 1 gerade übersetzt hier. Ja. Das Spiel retten. Save the game. Die scheinen hier unten gekämpft zu haben oder so. Sind irgendwie überrascht worden die Leute. Mit dem Zelt und alles. Ja. Das was hier so hängt das sieht mir nicht irgendwie nach Kindern aus. Das sieht mir irgendwie so ein bisschen creepy. Geld. Okay. 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 Ja mitnehmen alles. Lautes. Ja. Dann runter ne. Warten wir kurz zu viel wollen. Dann können wir nämlich weiter machen. Hm. Ja. Und dann machen wir wenn noch nichts mehr weiter ist. Wollen wir nämlich wieder hoch. Dann machen wir nämlich Feierabend heute. Ja. 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 Dann get kepços wir nicht entfernen bei uns stein in der recomendation. hier ist nichts ok ja dann machen wir wieder hoch, machen wir uns auf den weg zurück schade hat jemand vielleicht eine Uhr, dann kann ich uns das fassen was hast du? was ist mir das? das ist mir unten durch du hast du? du hast du? du hast du? du hast du? ja ich habe das outfit aus dem koffer da war wie was drin da habe ich mir das einfach mal ausgenommen ja ich bin kurz die lege aufstattet da war ich wiederum wiederum Okay. auch noch mal und um ja leider ich hätte gerne noch ein bisschen mich um hier umgeguckt ja die hätte ich aber auch eine gefunden Kopf los ja 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 Das war's für heute. ich meine mega viel weiter nicht zu entdecken ja sollte man noch mal machen na ja ja das klappt gut ich bin jetzt aber auch müde ja ich mache jetzt auch feierabend gut dann hat sie mich ich kann das ding hier noch mal wirklich jetzt feierabend dann sehen wir uns in der nächsten folge dabei sind vor ist ich danke euch das mitmachen zu sehen wie auch immer und ja das weiter geht es dann bald bis dann